guten morgen zusammen mein name ist carlos martin sie hören uns live aus dem traders club trading und wir bereiten uns auf unser morgen welchen dax trade vor und wir haben eine 15.200 marke eine big number um 8 uhr 30 das ist ja start beginn und damit fangen wir heute auch an aktuell 15 207 gehen wir long genau hier oben gehen wir raus und unten herum ähnlich auch hier in der zone ist denn unser ausstieg ja daily people heute bei 15 178 und wir haben hier ein gap von gestern abend so wir sind short im ersten trade short im ersten trade beginnt für unseren ausstiegs trade für unser trading logbuch big number und wir sind raus und somit verabschiede ich mich bei unserem video tagebuch für den ausstieg und wir sehen uns am montag wieder und der markt geht jetzt schneller runter mit leider kein mtx trade weil wir dort oben und unten haben also bedanke mich recht herzlich und wir sehen uns dann und hören uns am montag wieder geht es weiter weil ich dann auf dem weg nach dresden mit wir machen im live trading jetzt weiter und dann ein schönes verlängertes wochenende euch